Ich zeige euch heute, was meine Freunde mit der Kohle machen würden, wenn sie im Casino gewinnen würden. Viel Spaß! Ja! Ja, Mann! Ja! Bam, Junge! Ja, hallo? Ist da EA? Was kostet's, wenn Iraner Trotz kriegt? Ja? Egal, ich bin reich. Gulu, 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 gulu! Easy. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Ja! Ja, Mann! Ja! Hm. Ich bin eh schon reich. Ja! Ja, Mann! Ja! BAM, Junge! Den finde ich gut. Ja, den auch. Save. Auf jeden Fall. Gibt's noch mehr. Den nehmen wir auch mit. Oh, Hochzeitsorte. Save. Ja! Ja, Mann! Ja! Ich kaufe mir neue Freunde. Ja, die sehen gut aus. Hey, Tee, packst du noch mehr mit. Ja! Ja, Mann! Ja! Den nehmen wir mit. 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 Yeah! Ja, Mann! Ja! BAM, Junge! Endlich kann ich sehen, wie normale Menschen. Die nehmen wir auf jeden Fall. Ja, Mann! Ja! BAM, Junge! Oh nein, ich kauf's über den Code von L-Rage, dann spare ich auch noch Geld, ich bin zwar reich, aber nicht dumm. Das ist schön, das ist auch schön, können wir die nicht alle kaufen, das nämlich, das auch, und ganz wichtig, das sind Riesenkätzchen, ich würde gern Pate werden. 60 Euro mal, ist okay. Oh ja, das wollte ich schon immer. Die finde ich nice. Ja, direkt mal in den Warenkopf. Ja! Ja, Mann! Ja! Bam, Junge! Da ist die Unterschrift, Warenkopf. Äh, Actionfigur auf jeden Fall für den Kleinen. Äh, ich weiß nicht, was das ist, das nehmen wir auch. Da ist ein Film, den habe ich schon gekauft. Äh, Bettwäsche brauche ich auf jeden Fall. Am besten auch, ähm, warte, wenn man direkt 11 Stück, dann muss ich die nicht waschen. Ja. Gratisgarantie, nehmen wir mit. Boah, das Poster ist nice. Ja, damit würden Pflanzen größer. Vielleicht klappt das ja bei mir auch. Nehmen wir auch mal mit. Ja. Ja. Du bist ja bei mir bei mir auch schon immer memor antis subjectiv. Stimien? Ja, wir gehen bis jetzt. Dir war's das hier. Daher glaubst du mir immer auf den Fall 96 freund. Wischen. Du bist ja beim Train in Jungs. D toxinsts shore gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020